Hier haben wir Tjali Hai. Tjali Hai ist unser ganz bekannte Modell vom Gummistiefel bei Bodengard. Es ist im Naturkauschuk produziert, was ganz gute Flexibilität anbietet, aber auch gute Haltbarkeit. Was besonders ist, ist die Passform. Das kennt man von Bodengard für die schmale Fersenkappe, die Stabilität anbietet, einen guten Fitting, auch mal hier schmal, aber dann natürlich die Weide passt von vorne, damit die Füße genügend Platz haben und dass die Sehnen irgendwie zusammengedrückt werden, aber ganz normal, wie die Füße gemacht ist von Natur, bleibt es hier dran. Es ist komplett flach, damit die Balance dann bleibt. Wenn wir eine, also diese Richtung machen mit einer Hiel, dann ist es klar, hat man eine weniger Balance, macht man es komplett flach, wie barfuß umrennen, dann hat man die beste Balance. Damit dann auch natürliche Bewegung auf dem Playground. Dann haben wir den Schafthöhe, was nicht so hoch ist, damit es dann keine Begrenzung anbietet. Kinder sind ja nicht so hoch. Es sind ganz, ganz hohe Gummistiefel, ist nicht eine Wahl dafür. Ganz Mediumgröße ist perfekt. Dann innen drin haben wir eine Baumwolle-Fütter mit Dacron. Dacron mag das immer mehr haltbar, deswegen auch mal, dass man das für mehr Generationen manchmal benutzen können, wenn das keine Schlitage ist. Gummistiefel halten wirklich gut aus. Dann innen drin haben wir eine Sohle, auch aus Baumwolle. Natürlich muss man reinigen, weil das wird ja oft benutzt und die Sand kommt drin, dann kann man die gut reinigen, aber auch, dass man hier die Größe kontrollieren kann. Normalerweise fallen Gummistiefel ganz groß aus, das heißt, hat man eine Schuhe Größe 26, dann kauft man eine Gummistiefel in 25, vielleicht auch 24. Mach mal sicher, dass die Füße nicht mehr als 1 cm extra Platz haben in die Einlegesohle. Dann hat man eine richtige Wahl gemacht, um den Größen einzugehen. Genau, das ist eigentlich die Gummistiefel von Bungard. Bungard! Bungard!